Was ist der Name der Astrid in Bialystok? Wir waren noch in Bialystok. Und der Zionismus ist gewesen, Arturold, Rav Molliver. Ist gewesen der Mora der Astrid in Bialystok. Der Bialystinger auch. Und in Kaufner. Ich habe angebend zu kommen gekaufene, noch dem, wie die Lithuania, ob man übergekommen will. Und so zu geben, eine direkte Flyer-Linie. Das ist nicht mehr so weit von Wiener zu kommen. Eine Stunde bei der Flyer. Das ist alles. Das ist nicht mehr. Nein. Ich weiß nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich bin nicht mehr angekommen. Ich bin nicht angekommen. Ich bin gekommen und gefahren zurück. Ich war in Wiener. Und ich frag mich, wo sie noch nicht wussten, was zu sagen. Wiener oder Kovner? In Kovner haben wir die Art, in Kovner. Wer ist gewesen, in Kovner? In Kovner. In Kovner. Das ist die Soloveitschik Linie, die Soloveitschik, in fact, das ist in Chicago, nicht in Chicago? Nein, in Boston. Und die wollten gehen sehen, weil wir uns an einem Monter besprochen haben. Ich wusste, dass ich bereits hier bin. Das gehört wegen Kovne ein bisschen auf Wien. Kovne ist gewesen, dass wir in der kleinen Städte, also wie Bialystok in der, in, 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 Schettach. Also, sie haben, in, 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 werden, reden, in der Jüdische, die kommen, in der Jüdische, in der Jüdische. Das ist das, in der Jüdische. Und es ist gewesen, da, äh, eben gelebt, mit gelebt. Ich habe hier gelebt. Es ist eine gewisse Mohammed-Zeit. Ich weiß nicht, wer es will, um abzumästen. Es ist eine gewisse Industrielle Stadt. Wir konnten es nicht gewinnen. In welchen Jahren seid ihr gewinnen? 1941. Doch in Hedisch? Oh, ich lebe die zweite Hälfte von 1940. Die zweite Hälfte ist schon gewinnen im Sowjetenverband. Ja, doch Sie gewinnen. Noch der Sowjetisatz? Ja, ja, ja. Er sagt nicht, wir werden kommen. Der Sowjetisatz hier. Wenn Sie es gewonnen verliegte, in jener kurzen Zeit. Ja, ja, das ist gewinnen. Tatsächlich. Noch, der mit der Grenze hat sich geöffnet. Aber Vater, ein bisschen gewonnen. Von der Sowjetischen Republik. Von Oktober 1939 bis Juni 1940. Ja, wenn Sie es gewinnen. Dann hat man die ganze Liturgien eingestrungen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, das ist gewesen. Und Jäger hat mir gedacht, zu bekommen ein Hotel in Kovne. Ein Hotel in Kovne hat mir gedacht, ob er läuft nicht vom Secret Service. Was hat mir getan? Ich würde fragen. Und das will ich nicht... Ja, ja. Gut, ich. Ich würde ganz klar sagen, mit Rufnuss. Mit Rett Scheronts. Die Pessimisten haben gewusst, dass man darf noch ein Chavonze. Das ist ein Moridike Badute. Und fragt man, äh, wir bringen Chavonzes und das andere. Chavonze. Ich habe vergessen zu gehen, mit Betten, äh, 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 und wir haben einen ganzen Sack mit Schavonze, was wir illegal. Aber wo können wir das verbalten? Ich kann das nicht verbalten. Das ganze Sack. Und die, 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 äh, 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 Wir wollten die Nacht, die Nacht, wir wollten noch ein anderes Auto vertreten. Und das war so, dass du die Haut des Teufels schraubst. Aber das haben wir gesehen. Die zweite, äh, 14. Ja, ja, die zweite, äh, 14. Das war so. Die mittelchen Städte waren sehr mittel. Der Giedische gewann ein bisschen anders, wenn wir alles da? Ja, nicht ganz anders. Ich hab gewollt, ich bin dort nicht im Tüb, aber ich hab gesagt, ich hab gewollt. Was du mir von mir veranachten, meine? Ich hab nicht stehen, ich hab nicht stehen, ich hab nicht in, 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 in... Also, all right. Die Schuhe ist gewesen in die Mittel, in die Reisensallee, in der Main, the Main, so, so, so. Ja, bitte. Ich hab nicht gegessen, ich hab gewollt, wenn ich das nicht. Aber ich hab nicht gegessen. Ja, ich hab nicht gegessen, kein Ticket. Ticket. Damals? Ja, Damals, ja. Damals, die ist nicht der große Schuhe in Lithuania. Aber ich hab mir gesagt, nein, du kannst nicht so, ich hab auch keinen Gän zu können. Ich hab nicht gezwungen, ich hab nicht gezwungen. Ich hab nicht gezwungen, ich hab nicht gezwungen. Ich hab nicht gezwungen, ich hab nicht gezwungen. Dann knäht ich das.